Ja, ich werde auch versuchen, mich möglichst konzise zu halten und möglichst rasch die meines achtens wirklich wichtigen Punkte durchzugehen. Also wir haben es gerade gehört von Christian Piskar, es gibt auf europäischer Ebene eine Geldwäscherichtlinie, aktuell in der fünften Fassung. Und diese Geldwäscherichtlinie muss auch in Österreich umgesetzt werden. Die wird umgesetzt in Österreich im Finanzmarkt Geldwäschegesetz. Und das Besondere daran ist, dass wir jetzt so Gott will auch in Österreich eine Definition zum Begriff virtuelle Währungen haben. Vielleicht noch da ganz kurz zum Hintergrund oder zum Gesetzgebungsprozess. Es gibt einen Ministerialentwurf eines Umsetzungsgesetzes. Da ist einerseits die Definition enthalten und andererseits noch einige andere Verpflichtungen der Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Ob die jetzt in dieser Form beschlossen wird, noch vor dem Sommer oder nicht, ist unklar. Wie wir alle wissen, haben wir in Österreich momentan eine Übergangsregierung und einige der geplanten Projekte der vorigen Regierung werden nicht umgesetzt. Die Information, die ich habe, weil du das angesprochen hast, Chris, ist, es soll noch beschlossen werden vor dem Sommer. In einer der Sessionen im Anfang Juli soll das Update der fünften Geldwäscherichtlinie, die Änderungen zum Finanzmarkt Geldwäschegesetz auch in Österreich beschlossen werden. Also es sieht danach aus, als hätten wir dann tatsächlich die Definition. Ich habe Ihnen jetzt hier noch einmal die Definition abgedruckt. Der Christian Pisker hat ein paar Punkte angesprochen, die sehr relevant sind. Ich möchte den Fokus ein bisschen auf etwas anderes legen. Hier haben Sie es noch einmal zusammengefasst. Wir haben den Ministerialentwurf. Die neue Definition wird in § 2, Ziffer 22 Finanzmarkt Geldwäschegesetz anlassen werden und hat im Wesentlichen klarstellende Funktion. Reguliert werden in Zukunft nämlich auch Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Die müssen dann Identitätsprüfungen fest durchführen und Mittelherkunftsprüfungen. Und insofern muss man halt wissen, wann liegt eine virtuelle Währung vor, damit ich sagen kann, wann bin ich ein Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen. Außerdem wird es bestimmte Registrierungspflichten geben nach dem neuen Gesetz. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz, ob sich das ausgeht. Vielleicht schon. Man kann diese Legaldefinition in sechs Elemente zerteilen. Das ist einerseits diese digitale Darstellung eines Werts, die dann nicht von einer Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert wird, eben nicht zwangsläufig an eine gesetzliche Währung angebunden sein muss, jedenfalls nicht den Status einer gesetzlichen Währung oder von Geld hat und die von natürlichen oder juristischen Personen als Tauschmittel akzeptiert wird. Und außerdem müssen sie auch noch auf elektronischem Weg übertragen, gespeichert oder gehandelt werden können. Ich möchte mich jetzt ganz kurz wirklich nur eine Minute mit diesen sechs Tatbestandsmerkmalen auseinandersetzen. Digitale Darstellung. Aus dem kann man schon einmal lesen, ein rein analoges System wie Gutscheinmünzen wird nicht funktionieren. In aller Regel, wissen Sie vielleicht, haben aber auch Gutscheine entlaufende Nummern, also gibt es dahinter in der Regel auch ein digitales System. Ich vertrete das jetzt ein zusätzliches analoges System, wie zum Beispiel Gutscheinmünzen, solange Sie eine digitale Nummer haben, die dann auch in einer Datenbank beispielsweise aufgezeichnet wird, durchaus diesen Begriff der digitalen Darstellung erfüllen. Also es muss nicht nur eine Kryptowährung wie Bitcoin sein, die als digitale Darstellung gilt, kann zum Beispiel auch so etwas sein. Ein wesentlicher Punkt ist diese Frage, digitale Darstellung eines Werts. Wenn man sich die englische Fassung anschaut, liest man Digital Representation of Value. Das deutet eher darauf hin, dass man jetzt nicht von einem einfachen Zahlenwert ausgeht, sondern dass diese digitale Darstellung irgendeine Art Wert im Markt haben muss. Da kann man sich relativ lange Gedanken machen, was das wohl sein wird. Ich glaube, man muss es aber nicht, weil diese Anforderung an einen Wert schon aufgeht in dem meines Erachtens wirklich zentralen Tatbestandselement, nämlich der Akzeptanz als Tauschmittel am Markt. Also kann man das vorerst unbeantwortet lassen. Ja, darf nicht von einer Zentralbank oder öffentlichen Stelle emittiert oder garantiert werden. Was ist emittieren? Das ist das erstmalige Ausgeben. Derjenige, der etwas zum ersten Mal ausgibt, ist der Emittent. Garantieren ist das Einstehen für eine eigene oder für eine fremde Verbindlichkeit. Und wenn das eine Zentralbank oder eine öffentliche Stelle macht, dann darf ich nicht von virtueller Währung sprechen. Warum? Wie ich mir das überlegt habe, bin ich auf einen Gedanken gekommen, vielleicht sehen Sie das auch so. Banken, Zentralbanken schöpfen Geld durch die Ausgabe von Schulden, durch den Kauf von Anleihen beispielsweise. Wir haben ein Schuldgeldsystem und neues Geld entsteht durch die Aufnahme von Schulden oder durch die Ausgabeemission von Schulden. Das passiert digital, das wird einen Wert haben und wird wohl auch die anderen Elemente des Tatbestands erfüllen. Also hätte der europäische Gesetzgeber dann nicht hineingenommen, dass virtuelle Währung nur etwas ist, was nicht von einer Zentralbank ausgegeben wird, könnten wir wahrscheinlich zum Euro auch virtuelle Währung sagen. Und das war wahrscheinlich dann doch politisch unerwünscht. Öffentliche Stelle ist legal definiert. Also in den europarechtlichen Grundlagen finden Sie die Legaldefinition, was das ist. Das ist das, was wir uns darunter vorstellen. Also Körperschaften, Staaten, etc. Drittes Element ist die Anbindung an eine gesetzlich festgelegte Währung. Es ist auffallend, dass der Gesetzgeber hier Worte verwendet, die sonst kaum verwendet werden, weil was ist eine Anbindung? Das ist meines Erachtens kein Begriff, der auf ein mir jetzt eindeutig zuordnenbares Rechtskonstrukt abstellt. Also ich denke, worum es hier geht, ist jede Art der wirtschaftlichen oder rechtlichen Verknüpfung einer virtuellen Währung, eines Wertsträgers mit einer gesetzlich anerkannten Währung. Wie auch immer das dann passieren soll, beispielsweise die Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, eine digitale Währung zu einem bestimmten fixen Kurs entgegenzunehmen, könnte man vielleicht schon darunter subsumieren. Was jedenfalls erkenntlich ist, aus dem Element davor noch einmal, nicht von Zentralbank oder öffentlichen Stellen emittiert oder garantiert, also der Gesetzgeber anerkennt, dass auch ein zentral emittiertes, eine zentral emittierte Währung, digitale Währung, eine virtuelle Währung im Sinn dieser Legaldefinition sein kann. Also es geht nicht nur um komplett dezentrale Systeme. Es darf aber nicht den gesetzlichen Status einer Währung oder von Geld haben. Auch dazu kann man sich relativ viele Gedanken machen, was das letztlich bedeutet. Ich denke, wenn jetzt der europäische Gesetzgeber auf die Idee käme, Bitcoin als eine gesetzliche Währung zu qualifizieren, einfach per Gesetz, dann würde das wohl die Qualifikation als virtuelle Währung ausschließen, weil dann ist es de facto als gesetzliche Währung normiert. Man kann sich aber auch die Frage stellen, was beispielsweise mit Japan gelten soll, wo Bitcoin als Währung anerkannt wurde. Soll das jetzt bei uns auch schon dazu führen, dass Bitcoin nicht mehr virtuelle Währung ist? Das ist eine Frage, die ich einfach im Raum stehen lasse. Das, worüber ich mich ein bisschen im Detail unterhalten möchte, ist dieses fünfte Tatbestandselement, nämlich, dass virtuelle Währungen von juristischen oder natürlichen Personen als Tauschmittel akzeptiert werden müssen. Jetzt kann man sich zunächst schon mal fragen, warum steht da natürliche oder juristische Personen? Heißt das, es muss nur von einer, also nämlich verbunden mit einem oder, heißt das, es muss nur von einer der beiden akzeptiert werden und von einem anderen darf das nicht der Fall sein? Ich glaube, der Hintergrund dieser Einfügung ist darin zu sehen, dass auch schon wie die Definition erstellt wurde, dem europäischen Gesetzgeber klar war, es gibt Projekte, wie zum Beispiel Ripple, wo vordringlich Banken involviert sind oder hauptsächlich juristische Personen. möglicherweise kann man mit Ripple nicht in Shops zahlen. Wir als Stadlervölker akzeptieren Bitcoin, aber nicht Ripple. Ich glaube diese, danke, ich glaube diese Einfügung soll einfach nur verdeutlichen, okay, auch Blockchains, die jetzt in Bankenbranchen oder in nur von bestimmten Unternehmen akzeptiert werden, sollen noch als virtuelle Währungen gelten können. Tauschmittel ist ein relevanter, ein sehr relevantes Element. Ursprünglich sah die Definition nämlich hier noch, wie der Christian Biskor auch schon gesagt hat, den Begriff Zahlungsmittel vor. Davon ist dann der Rechtsausschuss abgegangen und hat den Begriff Tauschmittel eingeführt. Und damit man versteht, warum das wichtig ist, ist es glaube ich ganz wichtig zu sehen, was der Unterschied zwischen einem Tausch und einem Zahlungsmittel ist. Und wenn wir da nur kurz einen Exkurs machen, zahlen heißt erfüllen einer Geldschuld. Und auf europäischer Ebene gibt es im Wesentlichen, oder in den europäischen Grundlagen, Rechtsgrundlagen, gibt es im Wesentlichen drei Arten von Zahlungsmitteln. Das ist einerseits das E-Geld im Sinn der E-Geld-Richtlinie, das ist andererseits Zahlungsdienste und Zahlungsinstrumente im Sinn der Zahlungsdienste-Richtlinie, die PSD2. Und das sind sonstige Zahlungsmittel im Sinn der Capital Requirements Directive der aktuellen. Das sind die Zahlungsmittel. Mehr gibt es jetzt nicht im Sinne der europäischen Definitionen. Gemeinsam ist denen allen, also sie haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, aber wenn ich es jetzt auf das Einfachste runterbreche, gemeinsam ist allen, die repräsentieren die Forderung gegen ein ausgebendes Institut. Sie kaufen beim E-Geld-Institut E-Geld, das können Sie dann verwenden zu zahlen und eine andere Person löst das E-Geld bei dem Institut ein. Darum hat das überhaupt Wert, weil es ein Versprechen einer Forderungseinlösung dahinter gibt. Und das ist genau das Element, das Zahlungsmittel von Tauschmitteln unterscheidet. Weil ein Bitcoin hat keine, also repräsentiert nirgendwo das Versprechen einer Forderungseinlösung. Sie haben das Bitcoin in Ihrer Wallet und übertragen es. Ist etwas anderes als Forderungen. Deswegen, Tauschmittel lassen sich am besten negativ abgrenzen. Wenn es kein Zahlungsmittel ist, dann ist es ein Tauschmittel. Ein Zahlungsmittel haben wir eben die drei europäischen, die ich besprochen habe. Und, und das ist wirklich das absolute Kernelement, natürliche und juristische Personen müssen diese virtuelle Währung als Tauschmittel akzeptieren. Und daraus kann man meines Erachtens relativ viel herauslesen. Nämlich erstens, akzeptieren stellt nur auf die Nachfrageseite ab. Ob es, ob jetzt beispielsweise morgen jemand noch Bitcoin anbietet oder alle der Meinung sind, dass wir jetzt so im Preis steigen, dass niemand mehr verkaufen will, ist für die Definition ganz irrelevant. Es genügt, wenn es als Tauschmittel akzeptiert wird. Das heißt, wenn es eine Nachfrage am Markt gibt. Personen, die es von Ihnen werben wollen. Und dann kann man sich noch die Frage stellen, na gut, wann ist diese Akzeptanz am Markt ausreichend? Ich gehe jetzt nicht in die Details dazu rein, wie ich zu dem Ergebnis komme. Aber mein Vorschlag ist, dass man hier eine Analogie zieht zu einem Rechtsinstitut, das man im Zusammenhang mit den Zahlungsmitteln kennt. Nämlich dem Rechtsinstitut des begrenzten Netzes. Also wenn Sie Zahlungsmittel ausgeben, das wäre ein Tatbestand nach dem Bankwesengesetz, unterliegen Sie dann nicht der Aufsicht, beziehungsweise ist es dann nicht ein aufsichtsrechtliches relevantes Verhalten, wenn Sie sich im Rahmen eines begrenzten Netzes aufhalten. Also wenn nur beispielsweise eine kleine Gemeinde dieses Zahlungsmittel akzeptiert und außerdem ist es beschränkt, nur ein Jahr gültig und kann nur für Lebensmittel beispielsweise verwendet werden. Das wäre ein begrenztes Netz. Das heißt, selbst wenn Sie den Aufsichtsabbestand erfüllen, fallen Sie dadurch wieder raus. Ich glaube, dass man die Judikatur oder die Überlegungen, die es dazu gibt, hier nutzbar machen kann, nur genau im umgekehrten Sinn. Das heißt, Sie müssten sich fragen, würde es sich bei diesem Phänomen, dieser Art von digitalen Assets, die ich beurteile oder die ich beurteilen möchte, ob es eine virtuelle Währung ist, würde hier die begrenzte Netzausnahme greifen? Wenn Sie das bejahen, dann müssten Sie sagen, gut, dann kann es keine virtuelle Währung sein, weil dann fehlt es an der allgemeinen Akzeptanz. Umgekehrt, wenn Sie sagen, das Phänomen oder diese Währung, die ich beurteile, das digitale Asset, das wird nicht mehr unter den Ausnahmetatbestand des begrenzten Netzes fallen, dann wird es wohl als virtuelle Währung gelten können. Warum? Weil Sie ausreichende Akzeptanz haben als Tauschmittel. Ja, und das sechste Element ist, es muss auf elektronischem Wege übertragen, gespeichert und gehandelt werden. Auch dazu kann man sich im Detail noch Gedanken machen, die ich jetzt nicht im Sinne der Zeit weiter ausführen möchte. Vielleicht noch ganz allgemein der Hinweis, dass dazu in der nächsten Zeitschrift für Finanzrecht auch ein Artikel erscheint, der das im Detail noch erörtert. Und was ich vielleicht auch noch ganz kurz anbringen darf, ist dieses Buch hier, das Sie sehen, von Piska Völkler als Herausgeber und vielen Autoren, denen ich jetzt schon danken darf. Handbuch zu Kryptowährungen mit dem Titel Blockchain Rules, das hoffentlich jetzt in den nächsten Monaten in den Läden stehen wird. Gut, dann danke recht herzlich und ich darf mich jetzt freuen auf eine spannende Diskussion. Bis zum nächsten Mal.